Ein Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. 6 Personen haben in diesem silbernen 5 Thüringen den Platz. Der Venn bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 43.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie ab. Bis zum nächsten Mal.